Hey Leute, ich bin jetzt wieder eure Sache. Ich hab grad Ausverbindungen da gestartet. Mit dem falschen Brunner-Malvirus. So. Hier ist grad nur noch auf Powerpoint. Ihr seht ja, dass ich gleich schon fast tot bin. Ich, um eins klarzustellen, ich mach YouTube, weil's mir Spaß macht. Ähm, wie geht's nicht um die Likes oder wie viele Leute meinen YouTube-Kanal entdeckt haben oder wie viele Abonnenten. Ich mach YouTube, weil's mir Spaß macht. Ich glaub, die wär jetzt tot. Die Spielbürste ist jetzt schon seit einem Jahr, aber hat grad mal 4.000 Profil oder so. Ja. Ich spiel auch sehr viel Roblox. Und Telefonieren mit Freunden und geh noch ein bisschen raus. Ja. Ja. Ich glaub ich hab gewonnen. Ja. So. Und das sind jetzt ja alle meine Roller. Bei ein paar Menschen da kann ich nicht mehr loswerden. Wie日本 lip hecht. team. everhehe, ja 몰라. in die Leiter ist das philosophisch aus. also輪 welchen was für ein broiler von den hier ist euer lieblingsbroiler schreibt es mal in den kommentare ich möchte das mal wissen ja oder welchen von dem roland ich noch nicht habe ist euer lieblingsbroiler mein lieblingsbroiler ist allgemein toilette toilette mein lieblingsmodus solos oder das ist jetzt auch mal wieder in die kommentare ja wahrscheinlich später das video angucke werde ich wahrscheinlich gar nicht meine stimme hören denn ich riecht so leise und ich meine meine stimme allgemeine schon krass meine stimme klingt doch dann wird es mal so ja 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 Und... Ist ja auch schon kurz. Ja. Oh mein Gott, ich will nicht mit mir stoppen, bitte schaffe ich mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Do I look serious? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020